so grüßt euch meine lieben kollegen und fans da draußen heute ein besonderes video aus kloster neuburg in der nähe von wien ich bin hier heute auf einem kran oben wo ich schon selber gedacht habe was ist das für ein teil habe ich noch nicht in österreich gesehen ein riesen monstrum und ich habe mir halt gedacht auf den kran muss ich mal rauf ich muss mal testen probieren schauen was das für ein kran ist mittlerweile eine woche zuvor hat man hat mich die firma angerufen und hat gemeint ob ich sie nicht besuchen möchte um vielleicht ein werbevideo für sie zu drehen weil sie in österreich und europa als wir deutschland auch fuß fassen wollen und jetzt bin ich halt hier auf einen neuen flat tower crane in der nähe von wien ich möchte euch ganz kurz den kran zeigen es ist wirklich was besonderes wie gesagt ich bin es noch nie gefahren ich bin gerade noch nie gefahren selber gesehen habe ich ihm selber nicht gefahren bin jetzt oben und möchte euch halt was ganz besonderes und seltenes zeigen ich weiß nicht ob das ein fuß ist oder kein fuß ist darüber macht ihr bitte selber ein bild schreibt in die kommentare was für kran das ist was ihr denkt der hat hier 60 meter ausladung es ist ein 12 tonner bei 60 meter ausladung hebt er noch 2,5 tonnen und das besondere bei diesem kran ist gleich drinnen was ihr sehen werdet also hier ist der schaltschrank monstrum kabine monstrum schaltschrank ich habe keine ahnung warum man so einen riesengroßen schaltschrank braucht da könnte man eigentlich auch übernachten schlafen eigentlich ist riesenfett also wirklich riesenfett da passen ja da passt der mensch locker rein übernachten ohne probleme und das besondere kommt jetzt die führerkabine also riesengroß die führerkabine die führerkabine mit zwei verschiedenen joysticks und zwar nochmal hier seht ihr den wolf joystick start not off wolf joystick und hier auf der rechten seite seht ihr den lipia joystick warum das so ist kann ich euch momentan nicht dazu sagen warum das so ist da ist das display und das besondere hierbei ist er hat ein radio bluetooth radio klimaanlage mikrowelle kühlschrank eine mini küche und ein zerrenfeld ein zerrenfeld für die küche also man kann hier backen kochen okay backen nicht aber kochen kann man super würstel braten eier speck was auch immer worauf man lust und leune hat kühlschrank groß einkaufen wochenende samstag einkaufen alles reinpacken die mikrowelle ist da klimaanlage ist da alles ist ganz ganz neue moderne kabine riesengroß sitz bis augen eigentlich recht bequem also bequem man kann sie nicht klagen man kann nicht klagen draußen könnte man ja wenn die wenn die schon eine küche drinnen eingebaut haben hätten die hier auch einen platz gehabt für einen grill also ein kamin ein kamin hier wäre perfekt dann hätte der kran eigentlich alles nur hinten eine matratze dann könnte man die ganze woche übernachten riesen fette kabine wisst ihr was für ein kran das ist seid ihr mal so einen kran gefahren wenn bitte wenn ja dann bitte wo und wann welche welches modell seit sie gefahren wie lang seid ihr gefahren und wie gefällt euch der kran den ihr gefahren habt bitte alles in die kommentare reinschreiben deutschland österreich schweiz italien tschechei slowakei wo auch immer russland wo auch immer mich jemand versteht schreibt in die kommentare wo seid ihr so einen kran gefahren und die auflösung und ein besseres video hierzu kommt dann vielleicht auch noch mal auf youtube auf unseren youtube kanal wo ich ein bisschen mehr erkläre über den kran wie er sich fährt wie er sich verhält und ja das war es eigentlich von mir ich wünsche euch viel spaß beim schauen schöne grüße kran wie immer an kollegen und fans da draußen viel spaß mit dem video wie gesagt alles in die kommentare rein und man hört sich man sieht so ich wünsche euch was press the bell icon on the youtube and never miss another update